Es dauert Monate, Jahre, ein Stück auf die Bühne zu kriegen. Normalerweise. Ich fange an, über einen Regisseur zu schreiben, dann wird es sofort produziert. Aber mit der Bedingung, dass mehr Regisseur drin ist. Ich will den Job einfach nicht machen. Es ist okay. Ich liebe dich. Was? Ich machte ja den ersten Entwurf sehr. Das war auch großartig, das zu spielen. Das war durchgeknallt. Ich werde den Job machen. Wenn du wirklich willst, dass ich den Job mache, mache ich es. Ich sollte den Job machen. Wenn du willst, dass ich es mache, mache ich es. Ja, ich glaube, das ist eine wirklich gute Sache. Der Text, das Werk soll im Mittelpunkt stehen. Darüber wollen wir reden. Daran wollen wir hier arbeiten. Das folgende wird ein Versuch sein, weibliche Erfahrungen zu uns zu nehmen.